Leute, es ist Daily Time. Diesmal mit unserem lieben, heißblütigen Ross Ace Visconti hier. In der sich extra für euch in seine teuerste Garderobe geschmissen hat. Ich muss zweierlei Dinge tun, beziehungsweise viererlei. Ich muss drei Überlebende vom Haken retten und ich muss ein neues Objekt sammeln und damit entkommen. RIP ME auf jeden Fall. Oh, wir kriegen schon Besuch. Es geht schon los. Die Party hat schon begonnen. Verdammt nochmal. Oh, ich war noch gar nicht vorbereitet. Es ist Konzi. Oh no, bitte nicht sterben. Bitte nicht so schnell. Oder vielleicht auch dort töten sie. Ha, hängen sie auf. Und ich hole sie dann runter. Nicht wahr? Ich hole immer gerne mal diverse Dinge runter. Oh, aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Okay, schaltet ruhig ab. Ich kann es verstehen. Ich muss mich mal ein ja zartes Kupöchen heften. Und mich auch... Huch! Was ist los? Mal kurz mit meinem Fuß in die Treppe eingerastet da oder so. Ah ja! Hüah! David, pass auf! Iiiiih! Hab's dir gesagt. Ha! Für die Party hier. Komm, wir machen schnell den Generator fertig. David! Wo seid ihr? Oh no, oh no. Die werden alle krank. Ei, 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 ei. Oh! Wow, Alter! Wie kann jemanden fangen? Gut. Das ist gut, wenn man Daily hat, wo man Leute abhaken muss. Das ist immer... ...prickelnd. Huch! Alter, er hat die Moves. Guckt ihn euch an. Er gibt dir den guten alten Runaround. Oh. Ich hab mich leider getäuscht. Ei, ich bin krank. Warum? Wo hab ich mich jetzt angesteckt? Wait. Wait, im Ernst? Sucht sie nach mir? Oh no. Oh no. David. Krabbel weg. Entflieh. Oh, da ist die mit ihrer Taschenlampe. Oh, die macht's aber auch spannend, ne? Das Klärchen. Ja. Ah, ii, nein, mein Fuß. Nö. Das lässt du. Okay, häng ihn auf. Ist okay. Passt schon. Guck mal, ich sollte vielleicht mal glänzen. Sonst renne ich da verwundet hin. Vielleicht nicht so nah. Vielleicht war das doch ein bisschen dumm. Okay, jetzt müssen sie hoffentlich da hinkommen. Bitte, 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 bitte. Wo ist sie? Ich weiß nicht. Oh, warte mal. Sie hat jemanden anders. Okay, interessant. Gut. Fang Nummer eins. Das ist gar nicht David King. Das ist, äh, hier. Okay, mit David King aus dem Sonnenstudio oder so. Toll, jetzt bin ich krank wegen deiner Ekelhaftigkeit. Du Widerling. Das ist ein guter alter Animal Francis. Oh no. Oh no. Jetzt kriegt sie hier auch noch ihren, ihren... Shit. Hilfe, nö. Ich will nicht anhaken. Oh, bitte nicht. Oh. Sie hat es gar nicht benutzt. What the heck? Ist mir hier los? Oh, wir haben einen Totem. Oh, wir haben einen Totem. Ich hab's gesehen. Ich kenne deine Geheimnisse. Ich weiß alles über deine Organisation. Du solltest mich verdichten. Nö. 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 Help. Nein. Ah, ich weiß zu viel. Komm. Ja, weg, weg mit, weg mit ihr. Geh, geh da hin. Geh irgendwo da hin. Yes. Yes, yes. Nicht hierher. Nicht hierher. Nicht ins Blickfeld. Nein, 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 nein. Ich muss Dinge tun. Ich muss ganz wichtige Dinge tun. Wir haben noch nicht einen Generator erledigt. Ich muss entkommen noch. Ih, 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 ih. Kommt alles voll. Still, 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 still. Yes. Worth it. Ich will mal einen Schluck im Wasser. Och. Was ist denn los? Was war denn jetzt? Okay, ich glaube, wir haben das gut gemacht. Also, sollte sie jetzt aufhängen? Irgendwo? Bitte nicht in den Kä... Ja, ja, geh da hin. Ja, da, wo der Generator gerade fertig gemacht wurde. Ja, yes, yes. Oh, ich will dich aber gar nicht anfassen. Oh, Laurie, alles für dich. Ach. Oh, Gott. Oh, oh, no, oh, no. Sie hat den, sie hat den. Uh. Sie hat den. Ich bescheiß mir die Hacken-Modus. Wenn sie das jetzt... Wenn sie das jetzt... Ich wollte gerade sagen. Dann cheatet sie in Videogames. Oh, no. Hilfe. Können wir das lassen? Oh, yes. Oh, yes. Ui, 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 ui. Sorry, ich muss nicht mal mit meiner... Krankheitsdurchgesifften... Meine Krankheitsdurchgesifften Erscheinung hier ein bisschen belästigen. Es tut mir leid. Dieser Generator wird gleich höchstwiderlich werden. Uah. Kann man da? Nee, kann man. Ach so, der... Äh... Warte, sie hat immer noch... Sie ist immer noch unterwegs. Sie jagt. Oh, Gott. Ich bin... Ah, sie hat es immer noch. Okay. Hängst du sie auf? Hängst du sie auf, bitte? Ja, 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 ja. Yes. Yes. Hör bitte jetzt nicht hierher kommen. Oh, nein. Sie ist noch in dem Modus. Oh, please, no. Fuck it! Fuck it! Ich renne rein! Wieder Secret Service! Yes! Oh! Daily Ritual completed, boys! Hell, baby! Yes! Okay, glänzen. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Noch schneller. Noch schneller. Viel, viel schneller. Okay. Jetzt muss ich nur noch... ...ne Kiste finden... ...mit anderen Items. Okay. Wunderbar. Boah, also ich bin doch... ...ich bin doch richtig im Medizin, Mann. Hier fällt mir gerade auf. Pssst. Pssst. Die weiß nichts von Dingen und Sachen. Ich hol die runter. Ich mach doch die vierten. Nein, das ist meiner. Nein! Du kriegst nicht die Altruismus-Punkte. Oh no, oh no. Sie hat's. Sie kommt gleich! Oder? Oder kommt sie nicht? Oh, doch! Sie kommt! Hilfe! No! No! Nein! Nein! Nein, nein, nein! Fang, stopp dich! Nein! Oh Gott! Und... What? Autschie! Ich dachte, das klappt doch mal. Ah! Oh, verdammt! Verdammt! Ich wollte um die Ecke schleichen. Ich konnte nicht aufstehen. Ah! Nein! Bitte, Team, mach Generator. Und ich muss auch eine Kiste suchen. Ey, wenn ich alle Spheres zusammenkriege... Ey, das wäre richtig krass. Das wäre übel krass. Okay. Oh nein. Oh, ich dachte, sie sehen. Ich hätte mich da in diesen komischen Keller. Aber wo Keller? Der müsste da unten sein. Oh, fudge. Nice! Oh, no. Oh, no. Oder ist das Jake? Ach, das ist doch Jake. Oh, das ist gar nicht Adam Francis. Komm jetzt! Schnell! Lori! Lori, du kannst es schaffen! Ah, vielleicht kannst du es doch nicht schaffen. Oh, no! Sie hat es wieder! Hilfe! Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem Scheiß. Das ist der Killer. Ich kann ein neues Objekt schon mal sammeln. Oh, no. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, mein Team fällt. Ist mir egal. Wir haben genug Generationen, damit ich auch... Dass ich auch die Hedge kriegen kann. Ich könnte mich jetzt mal... Nochmal kurz aufheilen hier. Dann habe ich wenigstens das Medkit nochmal benutzt. Okay, okay, okay. Irgendwer ist irgendwo gestorben da oben. Verdammt nochmal. Wir haben nur noch zwei Generatoren. Aber der hat ziemlich viel Pressure. Weil jetzt halt ganz viele Brunnen irgendwie... Oh, no. Da geht es schon los. Ich muss durch die Hedgehand kommen. Ich muss das machen. Bitte keinen Schlüssel oder sowas. Das wäre awkward. Auch ein Medkit. A Downgrade. Das nehme ich mit. Ich muss ein neues Objekt sammeln. Was denn? Warum schreist du? Oh, no. Wegen dem Perk. Oh, so. Ich habe das noch nie irgendwie experienced. Okay, lass uns den mal machen. Komm, ich helfe dir. Ja, ja, ja. Der ist gut weit. Der ist gut weit. Ist egal. Lass uns den durchziehen, bitte. Oh, er ist nicht mehr rettbar. Wir haben das Tote noch nicht gefunden. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Okay, komm, 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 komm. Yes. Wir schaffen das, Feng, oder? Wir müssen das schaffen. Schnapp sie. Schnapp sie dir, Tiger. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Oh. Kommt, Axt neu empfangen. Nein. Du hast keine Corruption mehr, aber ich sterbe jetzt. Das heißt, es ist eh ernst egal. Das ist eh alles für die Katz. Ich weiß nicht, wo was ist. Help. Oh, Gott, no. Oh, ich bin broken. Oh, ich bin broken. Oh, rip me. Oh, rip alles broken. Tja, das war's dann wohl. Ich wusste nicht, dass sie mich da gesehen hat. Ich habe den Generator extra nicht hochgehen lassen. Ich habe drei Leute vom Haken gerettet. Also, eigentlich auch vier. Das war's schon mal worth it. Schade, dass ich das nicht geschafft habe. So ein bisschen, äh, Manor, ey. Oh. Das wäre so gut geworden. Das ärgert mich übelst. Okay, vielleicht findet sie die Hatschicht höchst. Ich hoffe, sie entkommt. Vielleicht liegt sie drauf. Es besteht ja immerhin die Chance. Da verzichte ich mal bis sechs oder acht Minuten hier. Oder wie viel ist denn? Ah, gut, Mann. Keine Ahnung. Oh, das ärgert mich richtig krass. Mann. Okay. Aber das Entkommen und das Einsammeln, das kann ich auch mit jedem Ex-Beliebigen-Survivor machen. Schauen wir mal. Ihr geht's gut. Sie ist entkommen. Sie lag direkt auf der Hatsch. Und es lebt jetzt glücklich bis an ihr Lebensende. Alle sind Friede, Freude, Eierkuchen, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und tschau.